Dööööööööööööö Wir spielen Battlefront und heute spielen wir mal kein Gefecht. Wir wollen heute mal die Vorherrschaft probieren Und ich suche jetzt hier einfach mal nach optimalen servern hier das war richtig optimal Optimal mit bitte nur anfängern nur dass man auch ein paar kills macht Ach übrigens wir spielen 20 gegen 20 das ist natürlich ein bisschen mehr wir haben schon wieder geile nicknames hier em-220192 192 Leute 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 was ist denn los mit den leuten eigentlich Ich glaube die sind alle irgendwie Die denken wahrscheinlich dass du schon mal gesagt hast was haben wir denn für asinamen warum haben die keine ausrufezeichen Kolons sonst irgendwas in ihrem namen Tja wir sind halt alt Wir sind alte schule Was machst du denn da schon wieder? Ah ich bin ich bin fröhlich lass mich doch einfach mal ein fröhlicher mensch sein verdammte scheiße Aber das ist doch diese kack map aus der beta oder nicht ich will eine andere map Egal Kannst jetzt auch nicht ändern was soll ich da jetzt machen Ich mach hier gar nix mehr Ja Ja Ihr wisst ja ich finde immer gut zu sprechen auf solche Multiplayer Spiele Da geht das bei mir immer richtig rund hier Alter hier die äh Außenpostenbeta ich denke wir spielen keine beta Ich dachte wir spielen keine beta Aber Das ist gar nicht die map Was wollen wir nicht machen? Wir müssen Punkte erobern Wo denn? Da er Oh Papa ist Darth Vader Das ist ja Darth Vader ist der Papa Von Luke das stimmt Oh da hinten ist ein Helden Ah Chris Schnell Ich weiß überhaupt nicht wo du bist alter Hier ist ein Held Ein Held In zwölf Sekunden bin ich ein Held Ich bin ein Held Ich bin so ein Held Ja ich bin in zwölf Sekunden nicht tot alter Ich in drei alter Alter hoffentlich bin ich äh Skywalker Der ist der beste Held alter Ey ich hab's nicht, ich hab's verkackt oder? Alter ich Hahahaha Alles klar ich bin echt der, ich bin der Oberheld Ja alles klar Ja Torch ist verkackt in sieben Sekunden welchen A-Wing gewesen Ich hätte, ich hätte, ich hätte den Knopf drücken müssen Da hätt's die Zeit abgelaufen Ich bin doch kein Held Das ist ja richtig schlecht alter ich bin ja richtig schlecht Was bin ich denn für ne Pappnase eigentlich Ich bin doch kein Held Ich bin überhaupt kein Held alter ich bin gar nichts Was mit so'n X-Wing jetzt hier? Ich hab noch nicht einen Gegner gesehen Ich hab noch gar keinen Gegner gesehen, Alter Ich hab noch gar keinen Gegner gesehen, Alter Ich hätte von Pappn00772 Ich hab mich dann wieder Kalle gemacht, ne? Ist der immer noch A-Vader oder was? Ja Ey mann Was macht der denn da? Was macht der denn da? Was war denn da ne Granate hin? Der war vorhin einer So Der hat mir so schön den Rücken geballert Oh, ich höre Vader Vader? Ja, da ist Vader Lass ihn platt machen Ja, alles klar Sag mal, spielst du eigentlich das gleiche Spiel wie ich? Was? Ich hab keine Ahnung Ich höre von dir immer nur, was? Wer? Die? Hä? Alter, hier ist auch wieder so'n Satellit Da können wir gucken, ob wir unseren Sender empfangen Verteidigt den Kontrollpunkt Überlass ihn nicht den MDR Alter, ich bin schon wieder tot, Alter Das ist richtig geil Ich bin so schlecht, ey Du hast 1,6 oder was? Alter, ich bin so schlecht Ich weiß überhaupt nicht Ich kenn die Ich meine, ich kenn die Map auch überhaupt gar nicht Naja, ich auch nicht Ich hab die in der Beta gespielt, aber Ne, das ist eine andere in der Beta gespielt, aber Ne, das ist eine andere in der Beta gespielt Oh, da ist ein Ta... Ja, alles klar Verwirrungskugel hat mich gekillt Also ich muss ja ganz ehrlich sagen Ich habe gerade Diesen Modus Äh... Offscreen gerade Äh... Das erste Mal gespielt und hatte Auf der Map auf Endor Ich glaube 17,4 oder sowas hab ich beendet Die Map Also eigentlich ziemlich gut Alter, ey Wir sind... Wir sind 40 Leute Ich werde hier von jeder Ecke beballert, Alter Ich sehe gar nichts Ich sehe vor allem auch keine nicht Ich glaube ich spiele das nicht mehr Also ich glaube Ich glaube das spiele ich wirklich nicht mehr hier Komm Partnerstadt, wo bist du denn? Ich bin hier mitten im Krieg, Alter Jetzt keine Ahnung, was hier los ist Hahahaha Einfach eine Granate reingeschmissen, ne? Na eben Granatenpilz für die Westen Alter, was ist denn da los? Hahahaha 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 Wir sind die allerschlechtesten, Alter Wir müssen das Play... Das Play eigentlich nennen, Alter Keiner ist so schlecht wie wir Oder? Hahahaha 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 Dabei sind wir eigentlich gar keine schlechten Gamer Ey, kaum spiele ich mit dir zusammen, nämlich voll kacke, Alter Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ja das, äh das kann ich, äh das kann ich zurückgeben Ich bin hinter dir Was ist da los? Egal, einfach... Einfach schießen Einfach Granaten rein, schau, was passiert Und immer drauf ballern Oh, der Imperator ist da! Kriegst der Imperator! Hahahaha 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 Alter, wir können gar nichts Hahahaha 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 Alter, du hast eins sehen, Alter Hahahaha 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 Alter, ich werd auch schon wieder von irgendwo beschossen, ich weiß gar nicht, wer auf mich schießt hier Hahahaha 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 Oh, ich hab den Kling gemacht Ich bin schon wieder tot Hahahaha Hahahaha Alter, du warst auch 3,8, Alter Du bist auch nicht so der, der geilste, Alter Hahahaha Überhaupt nicht, Alter Überhaupt nicht, ich kann gar nicht hier Ich bin hinter dir, kriegst los Hahahaha 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 Alter, wir sind so schlecht, Alter Hahahaha Also wenn der Hahahaha Hahahaha Nico ich bin hinter dir Lass klar Hier ist einer, hier ist einer, schieß, ja ich habe einen Habe ich alles, ich habe geschossen, ich habe geschossen. Oh, hinter mir, hinter mir. Hinter dir. Vorsicht, überall. Wer ist denn da? Hier sind überall, hier ist überall jemand. Hier, da ist Luke Skywalker. Hallo, ich will ein Autogramm, ich will ein Autogramm. Nico, lass doch dich doch wieder vorlaufen, ich wollte hinter dir sein. Ja, ich bin jetzt hier in einem Flieger, Alter. Ich fliege jetzt hier erstmal ein bisschen durch die Gegend. Verstanden, nähere mich auf eurer Position. Wo sind denn hier Gegner? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch nicht mehr. Oh Mann, ich wollte mit dem X-Wing fliegen, Alter. EM-2-irgendwas. Scheiß Katrinme-Lahme hast du, Alter. Wir besitzen einen Kontrollverband. Ja. Alter, ich fliege hier nur durch die Gegend und begutachte. Ich bin schon wieder fast tot, ich bin gespawnt und bin schon wieder gestorben, Alter. Und begutachte einfach die Landschaft hier. Mach hier mal so einen Ausflug jetzt hier. Ich stelle mich jetzt auch einfach nur in die Ecke. Das war. Ach so, um Sachen, mein... Du trägst ja schon die ganze Zeit wirklich vieles Internetverbindung, ich bin behindert. Ach, ich bin tot, alles klar. Ich muss da halten. Alter, ich habe echt noch gar nichts gemacht. Ganz ehrlich. Ich bin schon so oft gestorben. Chris, ich bin hinter dir, los! Lass uns das machen jetzt, das machen wir jetzt. So, woher gehen wir denn? Ja, keine Ahnung. Egal, wir gehen hier lang. Egal, was hier passiert. Spring! Hier, da vorne ist Luke Skywalker. Ich will ein Autogramm. Oh Mann, wie kann das denn sein? Ich mach Partnerstein, ich bin hinter dir. Was macht denn der Skywalker hier? Was machst du denn da? Holst dir einen runter da oder was? Was machst du denn da? Ach so, du bist das. Ich dachte, da schießt mich irgendwer. Ach so, das ist auch ein Glück. Nein, ich bin noch auf der Seite, ich bin hinter dir. Was? Hallo? Ich bin noch Luke hinterher. Ja, ist er weg. Hier, Boba Fett. In eurer Zone ist ein Kopfgeldjäger. Alles klar, ich bin mit dem X-Wing jetzt unterwegs. So, X-Wing, Alter, jetzt krass sieht sich richtig aus hier. Wo sind die ganzen Spasten, Alter? Ja, ich bin offiziell der, ich bin offiziell der aller Schlechteste. Wirst du gegen den Berg geflogen? Ja. Alles klar, ich bin hinter dir. Los, lauf Chris. Jetzt durch da, durch da. Immer durch. Oh, ich will X-Wing sein. Nein, nein, Vorsicht. Alter, ich bin schon wieder tot. WM220921. Hat mich auch gekillt, Alter. Oh nein, genau gespawnt neben dem AT-AT. Wie soll das denn gehen? Also meine Kill-Diss-Ratio liegt, Alter, der echte ATS-Di ist hier. Ja, du spawnst und stirbst gleich. Eine tolle Idee hier. Hier seid ihr alle ein bisschen nackt, ey. Lass mich in Ruhe. Alter, 5.14 habe ich. Und was habe ich denn? Und was habe ich denn? 2.19. Das ist offiziell der Allerbeste heute. Alter, nee, ey. Ja, aber offiziell, wirklich. Alter, nee. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nie mehr. Ich glaube, ich spiele das auch nicht mehr. Also hier vorher ist das Kaser, aber ich habe es vergessen. Die Sturmtruppen haben einen Kontrollpunkt übernommen. Sammeln. Was sammeln? Wer sammelt? Ah, ich bin echt fertig. Wer auch hier? Was denn? Ah! Vorsicht! Lass mich! Alter, Leute, ey. Ich bin ja völlig fertig. Oh Mann, fickt euch Verwirrungskugel, Alter. Was für den Scheiß-Name, du Ficker? Mann, ey. Ich bin hinter dem Mikro. Alles klar. Hier rein, rein, los, rein. Gleich hier links durchbrechen. Da kommt jemand. Ah, hier kommt gar keiner. Gleich durchbrechen hier. Ja, Alter. Wieso bist du schon wieder tot? Ich dachte, du wärst hinter mir. Ich bin 21 Mal gestorben, ich habe zwei Leute geführt. Alter, ich bin so schlecht, ey. Ich bin so schlecht. Ja, ist klar. Ey, jetzt mal ernsthaft. Was sind das für schlechte Spawns, Alter? Wie kann man denn jemanden neben einem ATOS nicht spawnen lassen, Alter? Kannst du auch weinen lassen. Brauchst du gar nicht loslaufen. Ich laufe auch nicht mehr los. Dann ist es auch besser für unser Team, wenn wir gar nicht mehr spawnen. So. Oh, Huba Fett! Oh. Hat er dich gekillt, oder was? Ja. Huba Fett, oder was? Ja. Ja. Hat er dich erwischt, oder was? Huba Fett, 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 oder was? Das macht keinen Spaß. Ich kann wieder Minecraft spielen. Also ich habe unglaublich viel Spaß, bin ich ganz ehrlich. Ich auch. Alles klar, ich bin schon wieder schnell umgefallen, gerade. Alter, 8, 18 habe ich. Ich bin echt. Du hast 22, Alter. Nee, komm, das brauchen wir gar nicht erst zu spielen. Das geht schon wieder nicht. Wir nehmen einen Kontrollpunkt, den wir sind. Also ich speichere die Teufel auch nicht. Die möchte ich gleich wieder. Das kannst du ja auch voll vergessen. Bin ich wieder tot. Ich kann ja auch nicht mehr aufnehmen, weiter. Bin ich bei dir auch? Was kannst du? Ich kann nicht mehr aufnehmen, weiter. Doch, ich kann. Bei mir läuft das. Bei mir läuft das nicht. Kontrollpunkt wird gesichert. Imperialer Einheißen im Kampfgebiet. Alter, da habe ich jemanden mit der Forst gekillt. Nee, ich lösche die beiden vor. Das macht keinen Sinn. Ich lösche die beiden vor. Ich lösche die beiden vor. Laut unserer Scanner ist der Imperator eingetroffen. Seid vorsichtig. Tja. Stellt euch auf einen Gegenangriff ein. Den imperialen Trug war ein Liefervertrag. Ja, fickt euch, Alter. Echt, Alter. Alter. Alter, ich kann übrigens gar nichts, ne? Nur mal, nur mal so. Was ist denn das? Ja, Partnerstaat ist nicht verfügbar. Egal. So, was habe ich jetzt hier? 10, 22. Gilt das schon eins gut? Keine Ahnung, was ist denn mit 3, 24? Ist das gut? Das ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ah, da ist weder! Nee, wer ist denn das? Das ist irgendeiner mit der Kapuze. Das ist das Rotkäppchen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Alter, ich... Das kannst du komplett sein lassen eigentlich, oder? Oh, hier ist der Imperator! Oh, ey, alles klar, Alter. Wo bin ich jetzt gespawnt? Lass mich in Ruhe! Ah! Da ist einer! Ich habe einen gekillt, Alter. Rückkehrbonus, Alter. Wenn ich einen Rückkehrbonus schon kriege, ne? Der Imperator hat mich schon wieder gefickt. Das kann doch nicht wahr sein! Das ist der Imperator! Wo ist denn der Arsch? Ich glaube, ich spiele das nicht mehr. Nein, ich bin tot. RB 210492 hat mich gekillt. Geiler Name. Chris, ich bin hinter dir. Ich stelle uns mal hier einen Druiden hin. Genau. Und ich bleibe jetzt hier auch stehen. Wie lange gehen wir jetzt in diese Runden, Alter? 100 Minuten oder was? 110. Ich weiß nicht, bis alle Punkte erobert sind oder da oben diese 4 Minuten abgelaufen sind. Die imperialen Truppen kontrollieren das Schlachtfeld. Wir müssen auf breiter Front zurückschlagen. Ja, ich glaube... Vielleicht sollten wir doch vielleicht wieder Gefecht machen, oder? So, jetzt bin ich hier im Flugzeug, Alter. Da gehst du jetzt richtig ab, oder was? Keine Art. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ihr habt den Imperator besiegt. Alles klar, Imperator ist tot. Nein! Dann können wir doch eigentlich aufhören, ne? Ja, wenn der Imperator tot ist, dann... Ich bin schon wieder von RB211... ...fickarsch getötet worden. Das sind ja auch wieder Kraftausdrücke, die hier heute... Was du damit machen sollst? Fliegen! Ja, aber... Wozu? Wozu? Ja, weiß ich auch nicht. Also die einzige Chance, irgendeinen zu killen... ...habe ich übrigens... ...nene ich einfach eine Granate irgendwo hin... Was fliegst du da? Ah! Die Truppen sind in der Übersaal! Ja, der sieht von dir selbst... Was hast du denn gemacht? Bist du gegen die Mauer geflogen, oder? Ich hab nix... Ich bin ehrlich gesagt, ich bin gerade ausgeflogen... ...und dann bin ich diskriminiert. Geil! Ja, ist das geil! So, was sagen unsere Quoten hier? Äh, 12,28 kann ich anbieten. Ich hab den bei 4. Wie ist das so? Das ist gut, ne? Hier ist Vader! Vader! Kann ich schon bei den E-Sports mitspielen? Hier ist eigentlich nicht... Klar! Alles klar, Vader ist tot. Darth Vader ist Geschichte! Ja, weiß ich nicht... Wollen wir uns da mal so einer Liga anmelden? Was hältst du davon? Ja, da ist erstmal ein Clan drin. Ja. Sie übernehmen einen Kontrollpunkt. Den Clan nennen wir... ...e-c-2-4-Ausrufezeichen. Und Kartoffelköpfe. Oder Kartoffelköpfe. Tja, was soll ich sagen? Ich sag hier gar nichts mehr. Also, das ist nicht so mein Modus, wie ich gerade merke. Ist nicht dein Modus? Nö, das müssen ja auch zu viele Leute einfach... Ist ja gleich vorbei. Ist ja gleich vorbei. Toll. Toll! Scheiße, ich hab den Haufen drauf. Ja. Weißt du, da ist einer fett geworden, steht da. Ja, weißt du, wie viel er gegessen hat? Auf jeden Fall ist er fettig gegessen, ja? Ja, muss wohl so sein. Alter, ey! AG007, Alter. Ja, Papa-007, Alter. Ja, auch geil. Der hat 61 Kälte, Alter. Papa, oder was? Nö. Ja, 29 hat er schon von dir und 30 von mir. Alter, du hast echt 4,29, Alter. Das ist echt so geil. Das kann man doch echt komplett sein lassen. Oh, ich hab hier oben mit meinen Granaten gestehen. Ja, alles klar. Papa ist schon wieder, Alter. Ich darf einfach hier jetzt stehen und werf die ganze Zeit Granaten. Hast du wenigstens eine Chance, mal einen Kill zu machen, meinst du? Ja. Alter, ich werde jetzt so ein T-47 jetzt hier fliegen. Wir brauchen Spieler-Unterstützung. Alter, da geht das richtig ab. Jetzt gehe ich richtig ab. Ja, haben wir gewonnen. Das sind jetzt richtig, richtig viele Punkte für mich. Das ist 5,29. Ja, mit 12,31. Das ist jedenfalls der schlechteste, ey. Oh Gott, war das schlecht, ey. Alter, das war echt schlecht. Ja, vor allem, wir kriegen auch viel zu wenig Punkte hier, ey. Dafür, dass man eine halbe Stunde spielt für so eine Map. Echt? Wenn du so eine erste bist, kriegst du auch ordentlich Punkte, ne? Auch die Credits sind viel zu wenig, Alter. Das verdient sich viel zu wenig. Also, liebe Leute, ich würde sagen, das nächste Mal gibt es Gefecht, also von daher halte ich das für besser. Ich gehe mal hier raus jetzt. Das war schlecht. Das war schlecht. Also, auf jeden Fall gibt es wieder Gefecht, würde ich sagen. Tschüss. 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 mir